ARD Text im Auftrag von Funk Das ist ein Willkommensgruss für dich vom Vulkan. Biologe Uli nimmt mich mit nach Tasmanien. Alles Leben ist in mir entstanden. Zusammen entdecken wir den größten Lebensraum unseres Planeten. In Grönland reise ich zu Wissenschaftlern, die im ewigen Eis die Zukunft der Erde erforschen. Ja und dann geht's nach Indien. Und ob ich hier die Lösung für das Rätsel finde? Naja, mal gucken. Naja, mal gucken. Naja, mal gucken.